Hallo, Jasper Johansson, Postbote. Ähm, Herr Klaus, Sie haben eine Gabe. Sie sind der geborene Spielzeugmacher. Also habe ich mir gedacht, wenn Sie den Kindern ihr altes Spielzeug schenken, liefere ich es kostenlos. Heut Nacht, ich begleite dich. Sie müssen nicht mitkommen, wirklich. Dann bis später. Unser Cousin hat gesagt, wenn wir Herrn Klaus einen Brief schreiben, macht er uns Spielzeug. Lieber Herr Klaus. Lieber Herr Klaus. Können wir? Ja. Herr Klaus ist der Allercoolste. Klaus, was ist mit mir? Au! Was zum... Du Pfeife! Ach ja, ich bin eine Pfeife? Dann, äh, dann, dann bist du, äh, ja, zu weit weg, um es zu hören. Hey, für wen haltet ihr euch? Das hier ist Zwietrachting, der unglückseligste Ort der Welt. Und ihr zwei könnt das nicht ändern. Der Postbote und der Spielzeugmacher haben alle in den Kopf verdreht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass eine wahrhaft selbstlose Tat die nächste befeuert. Hallo? Was macht ihr da? Äh, holla die Pfeife! Was ist fast kein Wort? Sitzen Sie nur da und seien Sie spitze. Jesper, wir machen es. Und los! Ho, ho, ho! Augenblick hier mal stopp. Ehrlich? So lachen Sie? Oh! Oh! Kommen Sie, die Zeit läuft uns davon. Die Kinder zählen auf uns. Wenn wir sie nicht aufhalten, wird hier nichts mehr sein, wie es war. Zerstört das Spielzeug! Nein, 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 nein! Nein! Ha! Fresst unseren Schnee hier! Sie sind nicht angeschirrt. Warum nicht? Ich dachte, sie wären angeschirrt. Ich hätte doch in einer Million Jahre nicht getan. Was ich getan habe, hätte ich gewusst, dass sie nicht angeschirrt sind. Always at home!